Er ist einer der Newcomer beim FC Augsburg, der griechische Abwehrspieler Konstantinos Staphylidis, 21 Jahre alt. Seine bisherigen Stationen, griechische Nationalmannschaft, Bayer Leverkusen und eine Ausleihe nach FC Fulham, jetzt also der FC Augsburg. Ich bin zur Zeit seit drei oder vier Wochen erst hier, aber mir kommt es vor wie drei oder vier Jahre. Ich will beim FCA immer 100 Prozent geben, denn alle hier glauben an mich, der Verein hat viel Geld für mich bezahlt, ich will was zurückgeben. Wir treffen Costa, wie Konstantinos von Freunden und Familie genannt wird, in einem griechischen Restaurant in der Innenstadt. Costa darf einen Blick in die Küche werfen und aus Spaß sogar ein bisschen mithelfen. So kann er ganz nebenbei auch wieder Griechisch sprechen, sein Deutsch nämlich ist noch nicht sehr fortgeschritten. Trotzdem fühlt er sich in Augsburg richtig wohl und heimelig. Ich lebe gerne hier. Augsburg ist eine ruhige kleine Stadt, hier kannst du dich wirklich auf deinen Job konzentrieren. Natürlich vermisst er auch seine Eltern und die drei Brüder im fernen Thessaloniki. Ich bin hier alleine, meine Familie ist in Griechenland, aber wenn ich in meiner Sprache sprechen kann, fühle ich mich gut. Auf die Europa League freut sich Costa, der Spaßvogel, ganz besonders. Für ihn eine tolle Herausforderung. Klar, wir haben keine einfache Gruppe erwischt, aber wir sind ja auch eine gute Mannschaft. Wir müssen einfach kämpfen, um die nötigen Punkte zu bekommen. Ich bin sicher, zum Schluss schaffen wir es, in der Europa League zu bleiben. Nach seiner auskurierten Verletzung will Costa endlich loslegen. Er kann es kaum abwarten. Abwarten.